Wusstest du, dass laut Studien eine gesunde Ernährung deinen Blutdruck besser senken kann als ein Medikament? Nein? Dann lass mich dir erklären wie. Falls du noch nicht weißt, was unser Blutdruck denn eigentlich ist, kannst du gerne unser Video zu diesem Thema anschauen. Dort erklärt Theo dir noch einmal alles ganz genau. Bereits jeder vierte bis fünfte 30-Jährige ist von einem zu hohen Blutdruck betroffen und auch hier gilt, dem Ganzen lieber vorzubeugen als zu warten, bis eine ernsthafte Problematik eintrifft. Die Dash Ernährung ist eine dauerhafte gesunde Ernährungsform, also nicht zu vergleichen mit einer Diät und somit auch um einiges angenehmer umzusetzen. Hierbei widmest du dich einer gesunden und vor allem salzarmen Nahrungsaufnahme. Denn Salz erhöht das Flüssigkeitsvolumen, welches im Körper zirkuliert und damit auch den Druck auf die Blutgefäße. Zudem besteht die Dash Ernährung aus viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten, sowie fettarmen Milchprodukte, Fisch, Ölsaaten und Nüssen. Auch ein renommiertes Herzinstitut in den USA empfiehlt diese Ernährungsform, um einen Blutdruck wieder normalisieren zu können oder einen zu hohen Blutdruck vorbeugen zu können. Wir freuen uns natürlich auf eure Erfahrungsberichte und wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, dann schaut gerne auf unserer Webseite www.help-rice.de vorbei.